Hi, ich bin Hendrik, einer der Mitgründer von Bojoka. Unser Ziel ist es, Campingurlaube online buchbar zu machen und Campingbetrieben dabei zu helfen, ihren Arbeitsalltag durch digitale Services einfacher zu gestalten. Wie wir das schaffen, wieso es eine richtig, richtig gute Idee ist, während Corona ein Reisestartup zu gründen und wie wir ganz nebenbei noch was Gutes für die Umwelt tun. All das erfahrt ihr am 9.2. auf der Ignition Demo Night. Wir freuen uns auf euch.